Moin Moin! Hallo und herzlich willkommen zu BauFix24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars. Es geht um Zwangsversteigerung, es geht um das liebe Finanzamt. In diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal 4, 4,5 Jahre für eine große Deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Zinsbildung. Gibt es da so einen Durchschnittsjahreswert, wo man Sachen anschreibt? Sollten Sie die Zinsbildung für fünf Jahre fest beschreiben lassen? Wie ist die ganze Zinsbildung? Ja, ist das jedem Unterschied klar zwischen Zinsbindung und Laufzeit des Darlehens? Ne? Also, das eine, die Zinsbindung ist da, da können Sie mit dem Banker oder mit Ihrem Berater sagen, okay, ich möchte die Zinsen für 10, 15, 20 Jahre, 12 Jahre, 8 Jahre, 5 Jahre, 2 Jahre festlegen. Und dann, wenn das um ist, müssen Sie praktisch mit der Bank neu verhandeln. Die Laufzeit besagt, dass anhand der heute gültigen Zinsen Ihr Darlehen wahrscheinlich 30, 35, 40 Jahre läuft. Ja? Und innerhalb dieser 35 oder 40 Jahre müssten Sie, wenn Sie sagen, ich mache eine 10-jährige Zinsbindung, müssten Sie eben dreimal das verlängern. Ja? Das ist der Unterschied. Das werfen manche in einen Korb. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung. Alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schiff. Tschüss! Vielen Dank! Vielen Dank.